Ja, moin und hallo! Hier ist der Pixelheld wieder und ich heiße euch recht herzlich willkommen zurück zum MegaManX. Joa, ähm, kurze Erklärung. Ich hab jetzt soweit alle Herzen- und Energy-Tanks abgefarmt. Ähm, das liegt einfach daran, dass ich mir denke, joa, ihr wolltet wahrscheinlich nicht irgendwie 10 Minuten sehen, wie ich da, äh, die ganzen Secrets abfarme. Äh, aber, äh, wen es interessiert, für den haue ich auf jeden Fall nochmal, äh, einen Zusammenschnitt aus von den einzelnen Orten, wo es diese zu finden gibt. Falls ihr euch fragt, ja, Mensch Pixel, äh, wo sind denn die Dinge? Wie komme ich denn da ran? Ne? Ähm, joa, das nochmal zur Erklärung. Ein anderes Secret, das ist ein bisschen, äh, tricky zu holen. Deswegen werde ich das auch nochmal in einem gesonderten Part zeigen, für die, äh, die es wissen wollen. Weil ich hab ja am Anfang schon gesagt, es gibt hier in dem Spiel so eine kleine Anspielung auf Street Fighter. Und, ja, die wollen wir natürlich nicht verpassen. So, also, weiter im Text. Ähm, ich hab schon mal ein bisschen vorgespielt, weil ich wollte euch auch noch hier nicht zeigen, wie man hier diesen Sprung hier hoch da schafft, beziehungsweise, ähm, euch zeigen, wie ich da 10 Minuten lang rumkrebsse. Also, hab ich mir gedacht, joa, fängst du mal hier an. So, hier bekommen wir unser letztes Upgrade für unseren Anzug. Und, joa, gehen wir mal rein. Da ist Professor Light wieder. Ja, was nur so viel heißt, wie, äh, willkommen ist das Upgrade für unseren Blaster. Plus, wir können jetzt, äh, die Fähigkeiten, die wir von unseren, äh, ja, Bossen erhalten haben, aufladen. Mega, man zeigt jetzt mal, wie das mit dem Blaster-Schuss geht. Zack, also ich mach da nix. So, und für jede Waffe, die wir haben, haben wir jetzt quasi eine Verstärkung. Das heißt also, ähm, nehmen wir mal hier die Raketen, die kann ich jetzt aufladen. So, das heißt also, wenn die Orange leuchtet, macht er diese Fische. Joa, das haben wir quasi für jede Waffe, braucht er natürlich auch mehr, ähm, Waffenenergie, als wenn ich jetzt so einen normalen Schuss abfeuer. Also, ich zeig's nochmal kurz. Ein Punkt, wie ihr seht. Wenn ich ihn auflade. Habe ich jetzt ein Schild, und es verbraucht wesentlich mehr Punkte. Also, da hat jede Waffe eine spezielle Eigenschaft. Finde ich eigentlich super geil. Dann müssen wir nur herausfinden, welche, ja, da irgendwie hilfreich ist. Aber, ähm, ich geh mal hier raus. Also, wie ihr sehen könnt, ich hab unten alle Energy Tanks, meine Energieleiste ist auch soweit voll. Von daher, gehen wir mal hier raus. So, ähm, was ihr auch noch nicht sehen konntet, ist, äh, es gab eine kleine Zwischensequenz mit Mega Man und Zero. Und, ja, da hat Zero gesagt, ich hab den Eingang gefunden zum, äh, Sigmas Hauptquartier, ne? Lass uns mal da hingehen und, äh, ja, die mal ein bisschen rausprücheln, ne? Und, ja, ich würd mal sagen, gehen wir mal rein. Boah, die Musik, die ist auch sowas von 90er, ich liebe es. Let's split up. Lass uns aufteilen. I go on the first and you go split, äh, slip in the while I keep the main defense force busy. Ja, wir sollen uns reinzleichen, reinschleichen, während Zero, äh, schon mal vorläuft. Und dann warten wir mal. Ja, die Kollegen können wir ja auch noch. Fetten Schildkröten, ne? Hier sind wir in einem aufgelasenen, aufgeblasenen, ja, uh, aufgeladenen Blasterschuss eigentlich gut klein zu kriegen. Aber wenn wir da ein bisschen Schaden kassieren, macht ja nichts. Ich mein, wir haben ja noch ein bisschen was im Energy Tank und so und gehen halt auch mir ab und zu nochmal ein bisschen was. So wie jetzt. Das passt schon. Ich muss auch nicht großartig beeindrucken lassen von denen hier. Hm. Das ist schon wieder. Oh nein. Oh, oh. Ja. Da wird man auch noch von Gegner penetriert, während man hier so diese Sprungpassagen macht. Ich glaube, der kommt wieder, ne? Ja. Oh! Ich hasse ja so Zwischprungpassagen, ne? Oh je. Wieder die hier. Dicken. Ja, aber so, so Platforming ist bei Mega Man X halt auch total angesagt. Also, da muss man halt echt richtig krass aufpassen, damit man im richtigen Moment abspringt. Weil sonst ist, ja, habt ihr gesehen. Ja, die, die hasse ich ja, ne? Die kommen halt immer angedüdelt und dann lachen sie einen aus. Ah, 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 ah. Spaß. Wie? Ah, komm. Jetzt. Sau. Hm, aber den kann ich dir einfach beikommen mit, na, wo sind sie denn? Mit den Raketen? Weil die sind ja Zielsuchen. Das geht ja. Musik klingt auch nicht so abmühen. Ja. Moin. Da muss ich, glaube ich, nix weiter zu sagen. Oh Mann, ey. Diese Stelle, ne? Das ist halt auch nur der Weg dahin. Das ist ja... Der Weg ist eigentlich das Ziel, aber... Der Weg zum Signal Fortress? Ja, komm. Boah, die Dicken, ne? Aber ich will halt auch nicht meine ganze Munition auf die verballern. Die brauche ich noch. Diese Bomben, die haben auch immer so ein Radius. Das ist nicht feierlich. Ja, und wenn ich jedes Mal wieder zurückgekommen, neue Gegner. Das heißt, also, ich könnte rein theoretisch so viel Energie farmen, muss meine Energy Tanks vollziehen. Und ich höre auch scheiß auf die. Aber... 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 Wir haben ja keine Zeit. Hm, so wieder. Ja. Nein, ich höre auch. Nein, ich höre auch. Nein, ich höre auch. Ich höre auch kein Dash, wenn er das so machen soll. Verstehe ich halt auch nicht. Da ist. So. Oh, der schlimmste Patos geschafft. Jawoll. Jawoll. Aber warum schieße ich den jetzt mit Eis? Ja, ich höre auch. Entschuldigung. Ich habe einen trockenen Hals heute. Ja, den können wir doch. Das Weil. Aus Part 1. Stay back, X. I'll take him on. Ja. Überlasst es mir nichts, den kriege ich schon, den guten Freund. So, der verzieht sich. Geht das mal hinterher? War hier noch irgendwas? Ja, wie ihr euch schon denken könnt... Das hat sich nicht gut angehört. Die Musik ist auch weg. Ja, wie ihr euch schon denken könnt, müssen wir ja gegen Weil jetzt antreten. Nur habe ich keinen blassen Schimmer mehr, was gegen den effektiv ist. Aber das sehen wir dann. Der ist auch richtig knackig, muss ich sagen. Also bei dem ist halt das Timing echt... Ja. Wenn ich nicht auf ihn X, mach den fertig. Ja. Fremont Zero, X knows he can't defeat me. Ja. Der sagt so viel wie hier. Zero halt die Fresse. X kann mir gar nichts. Ja. Mein Armant Carrier ist mehr als ein Match für seine Chance Weapon. Ja. Seine Rüstung ist wesentlich krasser als unsere. Und wir können dem gar nichts. Ja. Irgendwie. Was? Ja. Hm. Das finde ich nämlich unsichtbar. Haha. Wo kann ich die Waffe jetzt nicht wechseln? Ja. Ich kann weiterhin schießen. Ja. Da war ja was. Genau. Mhm. Nein. Ich bin zu Bäume. Hm. Den versammel石 wird sagen. Aber ich bin auch Mitglied hier toll. Ich glaube nicht, das müssen wir dann auch." Wie gesagt, ich weiß nicht mehr was gegen denen effektiv ist. Oder was ich genau tun muss. H homework. Geh weg! Feuer einfach mal alles auf den, was ich hab, weil der wird auch nicht klein beigeben, einfach so. Aber ich glaube, ich muss den Energy Tank benutzen. Geht nie anders. Nehmen wir erstmal den Kleinen, das sollte reichen. Ob das vielleicht effektiv ist? Versuchen wir es mal. Naja, es klettert auf jeden Fall. Ah, jetzt versucht uns wieder zu fangen. Lassen wir uns mal fangen, mal gucken, was passiert. Ah, Zero bricht aus. Ja. Jetzt kam es doch gerade wieder. Oh nein, das ist so... Oh nein. Maybe, aber ich mach dich jetzt fertig. Ja, Zero... ...opfert sich jetzt quasi selber, um... ...den Roboter von Vile zu zerstören. ...dass ich nicht so schnell zufrieden. ...dass ich nicht so schnell zufrieden. Ja, was eine nutzlose Aktion. So einfach werd ich nicht besiegt. Soix, es ist jetzt nur du und ich. Soix, ...let's get ready to rumble. Wir befreien uns wieder und haben wieder volle Energie. What the... Where did your energy came from? Was zum... Woher kommt die Energie? Was soll denn das? Es ist wirklich nicht wichtig, wie viel Energie du absorbierst. Ja, das kümmert mich nicht... ...kümmert mich nicht X, wie viel Energie du absaugst oder wiederherstellst. Du bist immer noch zufrieden. Du bist immer noch schwach. Du bist immer noch schwach. Du bist immer noch schwach. Mach dich bereit, so terminiert zu werden. Ja, komm, Alter. Hm. Ja. Ich bedasht hier auch so ein bisschen durch. Ah, okay. Ich glaub mit Fernkampfwaffen komme ich dem eigentlich am besten bei. Ja, der schleudert immer diese Dinge auf uns, aber... Da kann er noch... ...gut ausweichen, das geht schon. Ja, dann bin ich auf jeden Fall recht einfach noch. Und noch explodiert er in einer fantastischen Animation! Kabuum! Du bist jetzt terminiert! Oh. Jetzt müssen wir mal nach Zero gucken. Der liegt da noch. Ja, nur noch die Hälfte seines Körpers, ne? Das ist so... Oh man, ey... Äh, X... Äh... Ich hab zu viel... ...damage... ...X, ich hab zu viel... ...abgekriegt... ... ...Auto-Repair-Systems... ...can't handle it. Also automatische Systemwiederherstellung... ...wird nicht funktionieren. My power is fading fast! Meine Kraft verlässt mich. Deine Kraft ist stärker, als ich gedacht habe. Maybe you can destroy Sigma! Ja... Ja... Vielleicht kannst du auch Sigma besiegen. Ja, und dann... ...verschwindet er... ...nichts. Oh man, ey, ist das so traurig. Zero, unser bester Kumpel und Lebensretter... ...am Anfang... ...ja... ...die selbst geopfert, damit wir... ...Sigma zerstören können. Warum? Hm... ...vieh so Dinger... ...Wiii! Na komm, ne, lass mal. ...ja... ...da kommen ja wieder neue. Uah! Joah, jetzt aber... ...jetzt bin ich grad... ...missi raus... ...nach diesem Kampf gegen Beil. Oh man, ey. Ja, das ist... ...das ist... ...das ist... ... wenn man lange Zeit lang kein Mega-Mail mehr gespielt hat... ...das... Joah, komm ey! Mach, 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 mach... Guck mal zu jetzt! Nein, Energie! Irgendwie kriege ich gerade zu viel. Das mache ich jetzt anders. Ich könnte nämlich mal... Ja, wir müssen hier nämlich ganz hoch tellern. Nein! Mhm. Ja, so liebe Freunde, ist mal wieder soweit. Ich provisiere mal. Ja, ähm... Ich hoffe mal, das Projekt gefällt euch soweit und es macht euch Spaß. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr das Projekt weiterhin schauen würdet. Es teilt, kommentiert, liked und ein bisschen mitbrätselt. Was könnte es mit Weil auf sich haben? Ist der Tod? Oder nicht? Was passiert mit Zero? Ich meine, für die anderen unter euch, die Mega Manics kennen, die wissen wahrscheinlich, was Phase ist. Aber, ja. Hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder eingestellt habt. Und... Dann... Nächste Part... Gehen wir dann weiter. Die Sigma-Erfestung ist noch sehr groß, das heißt, wir werden noch ein bisschen was erleben. Ähm... Ja, wie gesagt, nochmal das letzte Secret. Das werde ich nochmal in einem extra Video machen, weil... Ich will euch damit nicht quälen, weil das ist ein bisschen, ja... Blöd zu bekommen. Okay, all soweit. Dann haut rein, Leute. Macht euch noch einen schönen Abend. Oder einen schönen Tag. Oder einen schönen Mittag. Wann auch immer dieses Video schaut. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Mega Man X. Haut rein!